Mutter, die bin ich geboren. Oh, Mutternacht. Der Körper ist sehr massig. Bitte. Und sag mal, dir geht's wirklich gut mit dem Ding, ja? Ich bin eine schöne Frage von dir. Ach so. Versal, Versal, Wahnsinn. So tönt es aus den Irinien. Halt, 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 halt. Ich brauche keine Erklärung mehr. Da hören Leute zu, die geben ihm Sätze vor. Das ist das System. Du begreifst es nicht. Er kann leben. Er ist eine Handpuppe. Was ist eigentlich so schlimm daran, von Zeit zu Zeit ein paar Sätze nachzusprechen? Schauspieler funktionieren doch genau so. Ich bin der... Ja? Esel. Ich bin der Esel. Dann geht's dahin. Es sind seine Sätze. Es sind seine Sätze, weil sie ihn inzwischen kennen. Es wird nach seinen früheren Sätzen berechnet. Es wird beigetragen. Demokratisch. Es geht alles blitzschnell. Da ist niemand, der lauscht. Ich bin der Esel. Untertitelung des ZDF, 2020